Die katholische Kirche in Deutschland hat das Verhalten Russlands im Krim-Konflikt scharf kritisiert. Wenn machtpolitische Ambitionen gegen das Recht durchgesetzt würden, sei der Frieden gebrochen, sagte der scheidende Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch, den Dortmunder Ruhrnachrichten. Die Politik der russischen Führung müsse deshalb klar zurückgewiesen werden. Die militärische Intervention sei ein eklatanter Verstoß gegen das Völkerrecht. Zollitsch nannte die weltweite Empörung und Kritik an der Militäraktion Russlands berechtigt. Die Prüfungskommission zu den explodierenden Baukosten für die Limburger Bischofsresidenz hat ihren Bericht fertiggestellt. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch, übergab den Bericht am Montag im Vatikan dem Präfekten der Bischofskongregation Kardinal Mark Willey, wie die Bischofskonferenz in Bonn mitteilte. Die Ergebnisse würden offengelegt, sobald die Beratungen der Bischofskongregation abgeschlossen sind. Die Prüfungskommission war von Zollitsch eingesetzt worden und hatte ihre Arbeit im vergangenen Oktober aufgenommen. Papst Franziskus hatte den Limburger Bischof Franz-Peter Thebarz van Elst im Oktober nach heftiger öffentlicher Kritik an den explodierenden Baukosten für seine Residenz vorläufig vom Dienst beurlaubt. Mit dem Aschermittwoch beginnt morgen die 40-tägige Fastenzeit vor Ostern. Seit Ende des 11. Jahrhunderts werden die Katholiken an diesem Tag in Gottesdiensten mit einem Aschenkreuz bezeichnet. Die aus geweihten Palmzweigen gewonnene Asche gilt als Zeichen für Trauer und Buße. Das Aschenkreuz symbolisiert den Beginn der Bußzeit und zugleich die Hoffnung der Christen auf Auferstehung. DOMRADIO.DE überträgt morgen um 11 Uhr aus der Kölner Kirche St. Kunibert den traditionellen Aschermittwoch der Künstler live in Bild und Ton. Zelebrieren wird der Kölner Weihbischof Manfred Melzer. Papst Franziskus gibt die Gärten der päpstlichen Sommerresidenz Castel Gandolfo für die Öffentlichkeit frei. Ab sofort können Besucher den 55 Hektar großen Park besichtigen, der zu den exterritorialen Besitzungen des Heiligen Stuhls in Italien zählt. Besuche in den päpstlichen Gärten sind über die Website der Vatikanischen Museen zu buchen. Die Eintrittskarte kostet 26 Euro. Eine Führung ist obligatorisch. Der Sommersitz des Papstes ist mit 55 Hektar größer als der Vatikan selbst und der Papst hatte ihn bisher für sich allein, während die Vatikanischen Gärten schon seit Paul VI. interessierten Besuchern offenstanden.